Viele von den Naturheilärzten nutzen CBD. Und an jede Konferenz, die ich gehe, spricht sicher jemand darüber. Das ist eine Immunzelle, die eine Bakterie zu essen. Gerade dabei ist ein Bakterium zu essen. Sieht aus wie ein Löwe, der einen Geist essen möchte. Es ist welt und will es verschlingen. Auf den Immunzellen gibt es Cannabis-Rezeptoren. Diese sind extrem wichtig im Zusammenhang mit Krebs. Diese auch, T8. Und zu einem bestimmten Level auch die T4. Die beste Immuntherapie wie Mistelzweig und ein paar Medikamente, die ich verschreiben kann, hilft beiden diesen zum gleichen Zeitpunkt. und die arbeiten als Team zusammen. Und das ist, wenn man Ergebnisse erzielen kann. Nur den Teil zu machen, die Ergebnisse nicht so gut. Wenn man nur das da macht, hat man kein Ergebnis überhaupt. Aber in Zusammenarbeit wirkt es wie ein Wundermittel. Es gibt Medikamente, die den Anteil erhöhen. Diese Behandlung kostet über 100.000 US-Dollar. 10% gute Heilungschancen, 10% Todesfälle. Wenn ich sage, ich habe die beste Medikamente, dann meine ich es wirklich so. Es ist sehr wirkungsvoll in allen Arten von Autoimmunerkrankungen. bei Morbus Crohn-Erkrankungen. Ulster of Colitis as well. Morbus Crohn. Ja. Psoriasis. Schuppenflechte. Rheumatoid Arthritis. Arthritis. Terrible disease. Rheumatische Arthritis. Diabetes. Multiple Sklerosis. Multiple Sklerose. Relieves the Spasticity. And helps heal the Immunsystem. Es heilt von dem Spasmus und hilft dem Immunsystem. Es ist nicht ein Medikament, was nur eine Sache macht. Oder eine Erkrankung heilen kann. CBD. CBD. Es gibt noch eine ganze Reihe anderer Wirkstoffen, die in dieser Pflanze sind, von denen wir noch nicht so genau Bescheid wissen. weil es keine Forschung in dem Bereich betrieben werden darf. Aber wir wissen von Zellen und Ratten, dass diese Dinge wirklich funktionieren. Aber man muss erst Forschung betreiben an menschlichen Organismen. Das CBG ist sehr, sehr gut gegen Tumore. THC und CBD. In der Kombination THC und CBD. Ich habe Öle, die das alles beinhalten. Und ich kann euch sagen, das hilft bei Lungenkrebs und auch bei Gehirnkrebs. in fast jedem einzelnen Fall. Und es hilft Leukämie und auch Krebs von der Bauchspeicheldrüse. Darmkrebs. Ich bin mir nicht so sicher, was die anderen Krebsarten angeht. Aber was ganz sicher ist, dass die Lebensqualität erhöht. Es ist sehr wirkungsvoll bei Krebs, aber auch eine ganze Reihe anderer Erkrankungen. Ich bin mir nicht so sicher,